Willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal von Linux, Windows und Mac-Hilfe. Yes, ich wünsche dir da draußen alle einen richtig, richtig schönen, guten ersten Advent da draußen hier am Sonntag und hoffe, ihr feiert schön, vielleicht feiern die einen, vielleicht feiern die einen Advent ein bisschen, jetzt nicht mit Geschenken oder so. Ihr könnt mir übrigens gerne schreiben, glaubt ihr an Weihnachtsbaum, beziehungsweise feiert ihr Advent oder nicht? Und wenn ja, warum nicht oder wenn ja, warum? Ich feiere Advent, weil ich es einfach toll finde. Und ich finde, die Weihnachtszeit, die Adventszeit ist eine ganz, ganz tolle Stimmung. Es ist eine ganz, ganz spezielle Stimmung und das feiere ich einfach und das finde ich einfach toll. Ich mag Weihnachten auch sehr, nicht wegen den Geschenken unbedingt, sondern weil einfach dann die ganze Familie zusammenkommt und dann hast du ja lange schon nicht mehr gesehen. Und das ist mit Ostern einer der Punkte, wo ich einfach toll finde, wo man sich die ganze Familie trifft, einmal im Jahr oder zweimal im Jahr auch in Ostern. Und das finde ich toll und ich mag Weihnachten einfach auch sehr. Ich meine, man sagt auch nicht umsonst, es ist fester Liebe oder was. Ich weiß es gerade nicht. Nein, jedenfalls würde mich mal interessieren, was ihr dazu sagt. Und ja, vorbei mit freundlichen Grüßen. Falls da noch ein anderes sich übrigens fragt, gibt es auf meinem Kanal einen Adventskalender? Nein. Der Grund ist aber folgender. Ich bin jetzt gerade im Prüfungsstress, habe eine Prüfungsabgabe noch zu machen und da kann ich einfach nicht andauernd, da kann ich einfach nicht jeden Tag ein Video raushauen. Das ist eben das Problem, weswegen ich mich darauf konzentriert habe und gesagt habe, hey, wir machen es so. Ich mache die Prüfung bzw. die Prüfungen sind für mich wichtiger und das ist einfach auch normal. Und deswegen denke ich einfach auch, hey, ich mache einfach dieses Jahr keinen Adventskalender, obwohl ich seit fünf Jahren schon auf YouTube bin. Jedenfalls, ich mache aber am 18. Dezember was, wo und was werde ich noch in einem Video bzw. nicht in einem Video, ich werde es ganz unten in die Infobox packen, damit ihr euch das anschauen könnt. Und ja, am 18. Dezember werde ich was verlosen für den einen oder anderen. Und ja, das ist ein Gemeinschaftsprojekt quasi von einem YouTuber, wo ich startet wurde. Es sind 24 YouTuber und jeder macht so ein Video. Ich konnte euch auf jeden Fall schon mal sagen, ihr müsst mich wieder nicht abonnieren, wenn ihr wollt. Ihr müsst einfach nur einen Kommentar da lassen und ein Like vielleicht noch. Das war es mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich wünsche euch da draußen noch. Ciao. Tschüss.